Hallo, heute haben wir mal wieder ein, zwei Snacks für euch. Heute geht es um Popcorn und zwar um die herzhafte Variante von White Bites. Wer hätten denn einmal die Nacho Cheese White Bites und einmal mit Sweet Chili Geschmack. Mal gucken, ob sie wirklich das versprechen, was sie sagen. Chili schmeckt man. Es ist zumindest aus der Packung ein bisschen poppiges Popcorn, was scharf ist. Aber halt noch, ich finde auch okay, wenn man die Scheife mag. Ja, das ist okay. Also schmeckt, wie es draufsteht. Mmm, Nacho Cheese. Voll mein Geschmack, nämlich nicht. Also, ich finde, es steht bei beiden das drauf, wonach es schmeckt. Ja. Wenn man halt eins der beiden mag, kann man es kaufen. Durchaus. Es ist halt mal was anderes. Es ist nicht dieses typische süße Popcorn, wie man es kennt. Ich meine, aber ich glaube, es gibt auch relativ wenige, die ins Kino gehen und salziges Popcorn kaufen. Ja, falls ihr noch Anregungen habt, noch weitere Popcorn-Sorten, die man probiert haben muss, sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.